Guten Abend miteinander. Heute haben wir Ihnen eine praktische und günstige Wohnidee. So richtig, um darin zu versinken. Das neue Stopp-Sesselprogramm sieht eingerichtet, zum Beispiel so in grün, ganz glatt aus. Aber auch in marron ist es gediegen. Der ganze Stopp-Sessel hat es allein in diesem Element Platz. Das Aufstellen ist ganz leicht. Reissverschluss auf, Drucklehne und die beiden Küsse rausnehmen. Die Drucklehne wird einfach mit zwei Schrauben befestigt. Dann kommen die beiden Küsse drauf und fertig ist der neue Stopp-Sessel. Hainet tun Sie so einen Sessel einfach in dieser handlichen Box, zu einem ganz besonders günstigen Preis. Und Sie kommen die Stopp-Sessel in folgenden Ortschaften mit Gop-Möbelverkaufsstellen über. Wir nehmen wir in Bern, in Thun, Biel, Langetal, Basel, Olten, Luzern. In Zürich, in Winterthur, Führthalen, Bischaffhausen, Kreuzlingen, Buchs, St. Gallen, Sion und Glyse, Bibrig. Übrigens, haben Sie mein modisches Hemd schon beachtet? Sind es tadellos? Das Modell gibt es jetzt bei Gop in diesen zwei originellen Fantasiemustern und in vier Modefarben. Oder die sportlich karierte Ausführung ist ebenfalls in zwei verschiedenen Karomustern und vier aktuellen Farben erhältlich. Alle die Hemper haben eine praktische Brusttasche und sind aus pflegeleichtem Material, was auch angenehm im Tragen ist. Nämlich 60% Baumwolle und 40% Polyester. Sie kommen die Gop-Qualitätshemper jetzt zu Schlagerpreisen in allen grösseren Gop-Zentren rüber. Aber jetzt, Achtung, für den 10'000 Franken Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte als Coop, Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Einsennenschluss ist der 27. Februar. Die Aufgabe ist einfach, notieren Sie drei von den Coop-Aktionsangeboten, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei paar Vakuum-verpackte Wienerchen an 100 Gramm für nur 1.80 Franken. 157 Gramm Zweifel-Paprikaschips für nur 1.95 Franken. Und jetzt gibt es bei Coop Konfitüren in einer sonnigen Qualität und so günstig, dass sich das Selbermachen gar nicht mehr lohnt. Alle Midi-Konfitüren sind jetzt 30 Gramm günstiger. Nämlich diese hier in den 450 Gramm Gläser. Oder diese Midi-Frutina-Konfitüren mit einem speziell hohen Fruchtanteil und weniger Zucker im 430 Gramm Glas. Und auch die Midi-Diät-Konfitüren ohne Zucker ist in diesen 400 Gramm Gläser ebenfalls 30 Gramm günstiger. Nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es einen Liter Coop Orange für sage und schreibe 60 Gramm. Und der feine Tiroler-Kick an 340 Gramm für nur 2.40 Franken. Und danach die Schlagerpreise der Angebote, die wir Ihnen am Anfang der Sendung vorgestellt haben. Bei diesen Stopp-Sesseln kostet ein Eck-Element zum Mitnehmen nur 230 Franken. Und ein Foteu sogar nur 160 Franken. Und die schönen, karierten Herrenhemper kosten nur 19.90 Franken. Und das Modell mit diesen glatten Fantasiemustern sogar nur 17.90 Franken. Alle diese Angebote gibt es jetzt bei Coop besonders günstig. Auf Wiedersehen.